Nach vielen Monaten Zoff um die Scheidung, hat Peter Klein nun endlich Nägel mit Köpfen gemacht und diese eingereicht. Doch ob Iris darüber wirklich happy ist? Einst waren sie ein Herz und eine Seele, doch mittlerweile gehen Iris und Peter Klein lieber getrennte Wege. Nachdem der Maler als Begleiter im Dschungelcamp dabei war und dabei der Blonden Yvonne Wölke gefährlich nahe gekommen war, trennte sich das Paar mit einem großen Knall. Iris konnte es danach gar nicht erwarten endlich geschieden zu werden, doch Peter ließ auf sich warten. Bis jetzt, denn laut Bildinformationen soll er nun die Papiere endlich eingereicht haben. Allerdings anders als erwartet. Peter Iris Klein? Zoff ums Geld? Denn ob nun endlich Frieden einkehrt, ist fraglich. Iris hat lange auf die Scheidung behaart. Doch bisher soll sich Peter geweigert haben. Sie wollte den Schritt auf Mallorca gehen, denn dort ist eine Scheidung in den meisten Fällen schneller durch. Doch ihr Ex hat die Papiere nun angeblich in Deutschland eingereicht. Nicht der einzige Streitpunkt. Schon vorher ging es natürlich auch um das Liebegeld. Er fordert Geld von mir. Ich hatte ihm freiwillig 60.000 Euro angeboten. Er will 100.000 Euro? So die Mitter von Daniela Katzenberger schon vor einiger Zeit. Scheint, als wäre hier das letzte Wort noch nicht gesprochen. Im Gegenteil, Peter sorgt nun für noch mehr Zündstoff. Dabei ist sich das Ex-Paar doch gerade erst bei Promi Big Brother wieder etwas näher gekommen. Haben sogar geplant sich nach der Show wiederzusehen. Dieses Treffen könnte jetzt vor Gericht stattfinden. Nicht genug von Promi News? Dann schaut auch bei WhatsApp vorbei. Hier geht's zum neuen WhatsApp-Broadcast-Channel von InTouchOnline.